Wie geht es dir mit der Mannschaft? Ja, sehr gut. Gefällt mir sehr gut und ich glaube auch die Mannschaft. Natürlich braucht es immer ein bisschen Zeit, wenn ein neuer Trainer kommt, sich aneinander zu gewöhnen. Aber ich glaube, es sind gute neue Ideen. Ich glaube, wir müssen da auch nicht so viel übertreiben, weil ich glaube, es ist nicht, dass wir jetzt auf einmal ganz anders spielen werden. Es sind immer kleine Ideen, aber das gibt es immer bei einem neuen Trainer. Ich glaube, das Wichtigste ist, bis auf Mario Gomez, dass wir noch immer alle Spiele hier haben. Dazu sind natürlich noch drei sehr gute Spieler dazugekommen. Wir haben noch immer eine super Mannschaft, finde ich. Wir müssen unseren Weg weitergehen und versuchen natürlich, wir haben wieder hohe Ansprüche, wir wollen wieder Titel gewinnen dieses Jahr. und ich glaube, wir gehen mit sehr viel Selbstvertrauen in der neue Saison. Ja, das ist ein gutes Gefühl, aber mehr auch nicht. Weil die Bundesliga ist wieder etwas anders und die sind dann auch wieder weiter. Und ich glaube, da wird auch eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen, wie in diesem Telekom Cup. Und das war gut, aber mehr auch nicht. Unsere Vorbereitung geht noch immer weiter und wir müssen auch noch unsere Stritte machen, dass wir gegen Gladbach dann auf voll 100 Prozent sein. Ja, ich glaube, Dortmund wird natürlich auf jeden Fall dabei sein. Und das wird vielleicht wieder die größte Konkurrenz. Aber ich glaube, da sind noch mehrere sehr gute Mannschaften in der Bundesliga. Also es wird wieder eine große Herausforderung auch für uns. Aber ich glaube, wir freuen uns auch alle, dass es wieder anfängt. Und ja, das ist immer das Schönste, wenn die Vorbereitungszeit wieder vorbei ist und es geht wieder um die Punktspiele. Naja, vielleicht. Weil natürlich in der Bundesliga bleibt das immer ein bisschen, glaube ich, für alle Mannschaften. Die wollen immer und die geben auch immer alles gegen Bayern. Aber ich glaube, jetzt in Europa natürlich, vor allem nicht vielleicht, ich glaube nicht nur, weil wir diese Finale gewonnen haben dieses Jahr, aber in den letzten viermal, dreimal im Finale. Ja, das ist natürlich super. Und ich glaube, jetzt wird auch mit Bayern ganz seriös gerechnet für die nächste Saison. Na, weiß ich nicht. Aber ich glaube, für mich ist es auch wieder mit einem neuen Trainer, also wieder ein neuer Anfang. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl beim neuen Trainer. Und ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, dass ich auch noch einen Schritt vorwärts machen kann. Und hoffentlich wird es ein schöner Saison sein. Und ich weiß nicht. Things do für mich. υτ